So, die Werte sind soweit in Ordnung. Ich würde sagen, Sie melden sich in zwei Wochen noch mal für einen Termin und dann machen wir noch mal ein kurzes Check-up. Sag schon. Habe ich das jetzt richtig mitbekommen, dass Sie Ihren Patienten gerade beim Namen gerufen haben? Obwohl hier noch etliche Leute drumherum stehen. Ja. Sie wissen schon, dass in Deutschland mittlerweile auch die DSGVO herrscht. Wer herrscht? Ist das nicht diese Nazi-Partei? Nein, Sie meinen die NSDAP. Das ist was ganz anderes. Ich dachte schon. Aber was ist dieses DSDS? DSGVO. Datenschutzgrundverordnung. Und diese existiert seit dem 25. Mai 2018 in Deutschland. Was bedeutet, dass Sie von jedem eine Einverständniserklärung brauchen, bevor Sie seine persönlichen Daten der Öffentlichkeit preisgeben. Also, ich würde Sie ja verklagen, wenn Sie jetzt einfach hier meinen Namen rufen. Nehmen Sie doch bitte Platz. Gerne. Hier einen neuen Termin. Wer ist jetzt an der Reihe? Die Frau... Die Dame mit den Hämorrhoiden, bitte. Die Dame mit den Hämorrhoiden, bitte. Die Dame mit den Hämorrhoiden, bitte. Vielen Dank.